So Leute, und damit ein herzliches Willkommen-Video mal zu neuen und Folge endlich mal wieder. Ich würde sagen, beginnen wir mal gleich mal, dass wir ab C schon lang genug warten müssen. Ich würde sagen, Sub-Zero auf geht's. Ah, die Sub-Zero, da ist wieder neuer Kämpfer, unbedingt geil, 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 geil. Eieieiei, so geil, neuer Kämpfer ist immer geil am Start. Eieieiei, so, der Red Hood ist ja auch, der ist ja auch schon wieder dabei. Also der ist ja endlich dabei. Madame. Mit dir habe ich nicht gerechnet. Nett dich hier zu treffen, Darling. Wir müssen uns auf dunkle Magie einstellen. Los! Dunkle Magie. Ja, ich glaube, ich weiß ja nicht, wie es hier so schön klingt. Das ist schon schon, weil dunkle Magie wird das ein bisschen eher weniger, was. Aber ja, so Katzen, wie so, wieso nicht? Auch, machen wir gleich mal so einen Doppelgänger. Hush, ein E-Doppelgänger. Oh, das ist einfach eine Artacke. Das muss man schon sagen. Das war richtig neu. Müssen wir wieder einen Doppelgänger machen, eh klar. Und ich jedes Mal nicht mehr die gleiche Artacke. Wenn wir schon da sind. So wie immer Standard. Einfach Standard, die mit der gleiche Artacke. Zum Glück ist das nicht das Tor mir. Na, sei froh, Alter. Ich würde nur verlieren. So, jetzt komm her. Komm, Juno. Und da müssen sie einmal. Tschü-dü-lü. Ich komme, wo ist sie da nicht, Amy? Du hast draußen gestirbt. Da haben wir jetzt schon gewonnen. Ich spiele nur mit dir. Mit Ehre zu kämpfen ist besser. Ja, wie man zu nehmen diese See. Sie... Sie sind ein Lederkatzenkostüm. Ich glaube... Sie müssen ernst. Ich liebe sie mit dir ernst. Oh nein. Na aber, na aber, digi. Schon tschu-tschu. Boah, so war man nice. Das muss man schon gesagt haben. Also das war schon eine gute Sache. Das war auch. also schon sagen also den selbst richtig gut gemacht normalerweise kann ich überhaupt nicht spielen ich sag so wie sie ist so glücklich so wie sie sich haben mit dem eigentlich überhaupt nicht spielen aber da haben sie im richtigen 1 war ich glaube dass mich doch daran wirst du statt 3 hast ja das kann schon gut möglich sein dass sie das vielleicht so gemacht haben dass du mit einem nur diesmal haben es ich glaube dass wir uns jetzt nicht macht es ist es mit ich so und so aber das liegt einfach nur weil der subzero das jetzt ist und die mit dem fidelity der so alles gemacht haben und so ist dumm und dann also eine chance aufzugeben nicht schlecht nicht die die nahe sind die schien und das mit der nase das ist wie viel weniger als erler m das mit dem alles ist wirklich nichts die gibt es auch die Maske des Süßes schießt die ist es kannst du gerne abschütten erst ruhiger die Lüge die Wettbewerb es ist der Mainz nachlegen auch so und das ist die Jahrhunderte gemäßchen mit Skateau das ist ja die mit L 1 und so ist und dann alles gab so zeigt zeigt hier ist perfekt in your face bitch hab ich erwähnt dass ich gibt ich fürchte keine Zauberei Hau Wenn das gleich mal Zauberer Wien Endes klären wir Zauberer Wieso nicht Klammer Schatten Doppelgänger Eichs Doppelgänger Besser gesagt Und zack Mist 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 Sooo So haben wir Geschafft mit Kuhn und Kump Nein Ja was sagst denn Perfekt Ja Perfekt 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 Sub Zero gewinnt Nice Oh Ok Dieses Köpfchen Ich weiß ja nicht wie das dazu passt Zu dem Köpfchen aber Na ja Ich weiß ja nicht Das Köpfchen schaut jetzt nicht gerade gleich aus Aber na gut Mensch Kann sicher Schick auch schon Ich suche würdige Gegner Es wäre entspannter Ein paar Schädel einzuschlagen Ich respektiere deinen Mut Los Na dann Respektiere diesen Mut Schnitt über Die haben ja die Händische Die Tüftigen Wie ich nicht Schütteln wie man schnitt Bisschen Der Rüchel Dieben Röder B W Ah nein Ah wie süß Oh Richtig drauf reingefallen eigentlich in Wirklichkeit nur verdrückt aber ja das wir sehen das ist die Stürze das sie könnte wenigstens mal in die Toilette mal rein schauen und das ist die Bissikanty Nies 3 die Biblia auch genau das muss dann auch das müssen so die von richtig gut kämpfen denn es richtig neu ist gemacht doch nur ich bin normalerweise ja also vom Aussehen her bin ich ein richtiger Fan von Substitute aber von Kämpfen pfff bitte lass mich da am besten in Ruhe lass mich leben komm schon lass mich leben oi da oi 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 ich will noch endlich es ist der Trink komplett mhm und alle 3 ist sogar geschaffen alles müssen wir natürlich gleich mal ausnützen oder Leute müssen wir natürlich gleich mal ausnützen so Charakter anpassen Roachers und Mala Box und irgendetwas für die Mala ich nicht so wie ich so n n n n n n n ich liebe diesen charakter so sehr irgendetwas müsste dazukommen für ein sub-zero okay ja die hoffnung steht zu ist ja guttagen wir sehen uns in der nächsten fangen